Hier ist der Eingang. Superschöne Macht. Hier gibt es einen großen Zeck. Und hier der wunderschöne Weihnachtsbaum. Da hat man mindestens 4 Meter hat er bestimmt. Superschöne Macht. Ein paar schöne Geschäfte. Und hier ist auch ein Groß-Event. Hier sieht man die Halle. Und hier kann man das Gebäck abgeben. 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 Und kann es schön hinstellen. Und kann dann schöner Preis nehmen.